Hallo zusammen, da wir zur gleichen Zeit den Cupra Formentor VZ5 da haben und den Audi RS38Y, beide mit dem 5 Zylinder und quasi die neuesten Modelle von Cupra und von Audi, wollten wir einfach mal einen Zaunvorgleich machen im Stand. Wir haben bei beiden Fahrzeugen unsere Klappensteuerung eingebaut, bedeutet die Klappen sind jetzt zu 100% beide offen. Wir hören uns das jetzt als erstes mal beim Cupra Formentor VZ5 an und danach beim Audi RS38. Klappensteuerung So, jetzt haben wir uns das Ganze mal angehört. Beide Fahrzeuge sind quasi nagelneu. Der eine hat 30 km auf der Uhr und der 60 km. Das heißt, die Fahrzeuge werden insgesamt noch ein gutes Stück lauter. Mit unserer Klappensteuerung sind sie schon mal im Stand auf jeden Fall lauter als in der Serie, weil serienmäßig gehen die Klappen beide zu, sobald man hochdreht, auch im sportlichen Modus. Mit der Klappensteuerung dabei oft offen. Ich hoffe das Video hat euch gefallen, liken, teilen, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.